Aldemar HD Toll Aber wir haben den Typen mit den Armen ja gekillt Also wir haben ihm seine Arme genommen Heißt noch nicht, dass er tot ist Oh nein, ein kleiner Schuh Kann ich mir den anziehen? Da sind doch noch andere kleine Kinder drin, oder nicht? Ah, guck mal Weeeee Yay, Achterbahn Oh Gott Wir sind in einer kleinen Menschenschlachterei Nein, da oben, der Marshmallow-Mann Oh Gott Nein, bitte! Ich dachte, Langarmbeppo war schon schlimm Oh Gott Okay Oh Gott, was ist denn hier los? Oh nein, wir haben wieder Hunger Es ist wieder soweit Jetzt bloß nicht wieder in so einen Käfig laufen Ah, das sind glaube ich Kinder Ich bin ein bisschen verwirrt, also Ich glaube nicht, dass die was mit mir zu tun haben Ob ich auch so einer bin Aber es kann schon sein Oh nein, die Ratte Ja, die ist in die Rattenfalle gelaufen Oh yeah, Baby Kann ich da reinlaufen? Hm Man hört es Komm, lecker kleine Rattilein Oh Mist Das ist sie doch Aber was sind wir denn für Viecher, dass wir so Hunger haben? Jetzt klingt wieder die Musik an Ähhh Was sind wir für ein Vieh ey? Mmh, lecker Ratenfleisch Ich brauche noch was für später, kann ich nicht mitnehmen? Na gut Uns geht's wieder super, wow Guck mal hier, das sind aber auch noch größere Pakete Das können, das kann nicht die Art sein, die ich vertrete Art Lebewesen oder was auch immer wir sein mögen Das Feuerzeug mal immer wieder anmachen hier Guck mal, kann ich den Deckel hier irgendwie umwerfen? Ach, ich kann mich bestimmt umkippen von hier oben Dieses Spiel ist so abartig cool Oh, Gott Nein, bitte Bitte nicht Oh, aua Okay Hört ihr das? Ich glaube, das schärft einer ein Messer Ich kann das aber jetzt nicht so richtig beschreiben Oh mein Gott Kann ich hier hochklettern? Er schärft echt Messer Okay, da kann ich drunter gehen, gut zu wissen Boah, Alter Mmh, Würstchen kochen Lecker Oh, Gott, ist Wasser Natürlich geht er jetzt da unten kochen War klar Noch eine Wurst ins Wasser? Für wen kocht er denn bitte so viel? Oh, Gott Oh, Gott Nein, bitte Koch mich nicht Koch mich nicht Nein, koch mich nicht Koch mich nicht Er packt mich in den Fisch Er packt mich einfach in den Fisch Er hat mich in den Fisch gepackt Oder es Oder sie Einfach in den Fisch gestopft Einfach In den Fisch gestopft Was passiert denn, wenn er mich hier Wirft er mich in den Topf, ne? Hat er gemacht Als wenn das eine Maske wäre Guck mal Ah ne, das ist der Anzug, ne? Ja Noch eine Wurst ins Wasser Noch eine Wurst ins Wasser Ach, du überanstreng dich nicht Boah Boah Das war knapp Alter Verwalter Er hat mich einfach in den Fisch gestopft Vorhin, ey Das geht gar nicht Das sind noch mehr so Pilzmänner Darf nicht gegen den Ofen laufen Scheiße Lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Er sieht mich, er sieht mich Es Hier Macht aber nichts Es ist so fett und faul Um hier hoch zu kommen Alter, aber Hier sind überall Alter, was denn das für Alter, was hängt da für ein Hai, Alter? Bäh Alter Tja Jetzt, wenn ich weiß, wer der Guck mal, er braucht nämlich zwei Klos nebeneinander, um drauf zu sitzen, ey So, Schwabbel kommt jetzt nicht Wir nennen ihn Schwabbel Nein, das war gar nicht der Koch Da unten war die Mutter Oder die Frau oder so Ich werde jetzt nicht den Fahrstuhl betätigen, weil Fuck Boah, guck mal, was für ein creepy Bild Sehen leider nicht Hat er mich gesehen? Kommst nicht hier dran Bitte nicht Ich weiß es nicht Ich bin verwirrt Okay, komm, wir gehen nochmal hier hoch Ich muss doch bestimmt hier oben lagen Hä? Ah, so Aber die scheinen nicht so übel zu sein Ne, wie Der arme Mann Klar, dass sie mich tot sehen wollen Als wenn der Angst vor mir hat Äh Ach, er sucht mich Doch, tatsächlich Komm, ich spring mal hier an die An, an die Glühbirne dran Ah Und jetzt Hält mich nur fest, ne Bäh Komm, ich muss mal den Ich betätige mal den Fahrstuhl Vielleicht hätte ich das tun sollen Ja Okay, machen wir das mal Vielleicht kommt dann Die Frau hoch Oh oh Jetzt sind wir wieder unten Okay Jetzt kann ich aber Und so kann ich wieder hoch Okay So, okay Pass auf Dann müssen wir den jetzt aufwecken Wir müssen auch hier hochgehen Ach, da ist ein Schlüssel Seht ihr den? Da ist ein Schlüssel Baby Das ist ein Schlüssel Das ist ein Schlüssel Schnell Das ist ein Schlüssel Schnell Ja, ich bin Komm schon. Ist der Kacken gegangen oder so? Weißt du das? Oh nein, der ist mit dem Fahrstuhl runter, oder? Oh oh. Die Alt hat mich ja eben gesehen. Der Fisch mit der Gabel oben drin. Wo ist der Typ hingegangen? Auf Klo? Geh woanders hin, Alte. Muss endlich da durch. Bumm, bum, bum. Sieht aus wie ne Wasserleiche, ne? Scheiße. Tut mir leid. Und jetzt? Nein, nein. Oh Gott. Auf den Tisch mit dem Fleisch, ey. Nein, echt? Komplett? Der Schlüssel muss doch hier liegen. Hä? 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 Da ist ein Pilzmann eingesperrt. Da ist ein Pilzmann eingesperrt. Sollte er den Pilzmann bestimmt. Wir schaffen das? Nein, das ist hier liegen. Mist. Hat die offene Tür gesehen, oder? Da ist ein Haken. Da kann ich lang. Schnell hoch. Ich bin konzentriert. Ich bin konzentriert. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ne Mettmaschine. Oh nein. Jetzt bloß nicht in die Mettmaschine fallen. Könnt ich da was reintun? Damit die kaputt geht? Boah, Mann ey. Die Leute... Boah. Hier oben sind doch diese verpackten Dinger überall. Ich will nicht wissen, von was das hier ein Stück Fleisch ist. Oh, jetzt bloß nicht selber runterfallen. Aha. Sollen wir das irgendwie überladen? Damit da... Wir sind kleine Helfer. Fleischhelfer. Ist das hier ein Trockner? Ja. Ich seh das nicht. Was wir da machen sollen. Toter Pilzmann. Komm, wir gehen jetzt mal hier runter wieder. Ist das cool, ey. Voll cool. Bah. Ich glaub, hier wär ein Würstchen gemacht, oder? Oh Gott. Daran soll ich hochklettern, glaub ich, oder? Oh Mann, also er ist abgefahren. Alter. Meine Güte. Dieses Spiel. Leute, wir speichern erstmal hier ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Little Nightmares. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Little Nightmares.